hallo und herzlich willkommen liebe zuschauer salvetes spektatores zu einer weiteren online schlachtreihe aus der kategorie online tutorials mit hannibal barkas ich grüße dich ganz herzlich ja hallo ich freue mich erst mal dass das letzte video was wir zusammen gemacht haben auch bei deinem kanal ein bisschen für ja einen kleinen aufschwung gesorgt hat und ich hoffe dass wir da auch noch weitere videos machen können finde schön dass noch einige zuschauer auf deinen sehr sehr interessanten und gut gemanagten kanal gefunden haben und wir wollten euch heute noch eine tutorial reihe präsentieren wo der hannibal eine wirklich sehr 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 momentan sehr 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 starke armee vorstellt vielleicht möchtest du dazu kurz was erläutern und mach mal einen screenshot davon und schickt ihr mir dann baue ich den noch in das video ein dann können die leute dass bei mir auch sehen alles klar ja also ich habe hier eine armee die zurzeit den patch am besten ausnutzen wirklich sehr beliebt und schwer zu schlagen ist die schwächen des patches meiner meinung nach sind zurzeit sehr starke peltasten also die nehmen jede truppe eigentlich innerhalb von sekunden auseinander dann die herrbahn pikiniere die extrem billig sind und trotzdem noch eine gute leistung abliefern und dadurch dass die herrbahn pikiniere einfach so unglaublich billig sind kann man trotzdem noch schwere kavallerie und elefanten dazu nehmen und das geht jetzt mit der bakterischen fraktion eigentlich am besten und wir haben jetzt vorhin auch gemerkt dass die bakteria eine kavallerie einheit haben die zusätzlich noch ziemlich stark ist für ihren preis nämlich die bakterische bakterischen adelsreiter mit 720 denaren die von den verteidigungswerten eigentlich schon fast an katafrakte rankommt ja also das ist von der armee zusammenstellung her auf jeden fall was was momentan so den der besten preisausbeute entspricht was man halt so kriegt für sein geld also noch mal ganz kurz falls das bei mir nicht so gut zu hören war 420 denare kostet diese adels kavallerie und ist damit also wirklich 720 aber 720 ist trotzdem noch sehr sehr billig ja kleiner versprecher entschuldigung 720 denare ist also damit ungefähr 600 bis 700 denare billiger als eine schock kavallerie einheit und sie hält wirklich extrem viel aus das haben wir vorhin auch ein bisschen das habe ich vorhin schon leidvoll erfahren ich sage auch direkt wir haben die armeen ein paar mal also wir haben ein paar armeen gegeneinander getestet und haben uns das schon mal so ein bisschen aufeinander eingeschossen zu meiner armee jetzt hier ich habe sie jetzt mal ein bisschen so angepasst wie man wohl seleukiden auch spielen würde vielleicht nicht unbedingt jetzt momentan nach den aktuellen informationen ich habe etwas wenig pelltasten dabei ich habe jetzt auch mal absichtlich nur zwei mit reingenommen spiele noch ein paar steinschleuderer und da wird hanibal auch gleich noch was zu sagen warum die steinschleuderer eben eigentlich gar nicht so viel gegen diese armee bringen und ich habe dann natürlich halt herbahn pikiniere und so ein paar persische hopliten zu der ansonsten ja sehr starken seleukidischen kavallerie einheit wollen wir schon los starten bist du soweit aufgestellt ja ich bin soweit bereit ja ja dann starten wir doch mal das gefecht und dann kannst du schon mal vielleicht die zuschauer auch drauf einschwören warum das so gefährlich ist wenn man gegen diese baktrische armee die eben aus sehr vielen peltasten und herbahn pikinieren besteht warum man gegen die steinschleuderer spielt also warum das sehr gefährlich ist ja das problem ist das also erstens die peltasten im direkten zusammentreffen weit überlegen sind sie richten sehr viel schneller schaden an und haben eine sehr hohe rüstung das heißt man wird selbst wenn man seine ganze munition darauf verfeuert eigentlich kaum schaden bei den peltasten anrichten und den eigentlichen schaden den man anrichten will ist eigentlich bei der bei der infanterie oder bei der bei der kavallerie das heißt letzten endes kommt man mit steinschleuderern eigentlich gar nicht an also ja also das problem ist halt hier vor allen dingen der der sehr hohe schadenswert der in kürzester zeit erzielt wird und wir haben auch vorhin mal ein bisschen diese armee gegen römer getestet und da ist es natürlich sehr traurig mit anzusehen wie die gute römische infanterie doch in kürzester zeit dann so einem peltasten feuer zum opfer fällt und eigentlich nicht viel wirklich dagegen machen kann hier auf jeden fall bei baktrin eben noch die große stärke mit der sehr sehr starken kavallerie die eben lange durch hält das auf jeden fall ein großer vorteil ich stimme mal hier drüben ein bisschen was auf also typischerweise spielt man ja eigentlich schon steinschleuder weil die steinschleuder reihe also sehr eigentlich keine schlechte einheit die fernkämpfer sind ja schon sehr stark im aktuellen patch also man könnte jetzt nicht sagen so eine auswahl ist eigentlich dumm ja also das ist schon eine eher realistische armee steinschleuder werden auch allgemein sehr gerne gespielt eben wegen der hohen reichweite zum beispiel die sind eigentlich eine ziemlich starke einheit aber gegen diese takte können sie halt nicht viel ausrichten weil man sehr schnell vorrückt und die steinschleuder kaum zeit haben irgendetwas zu machen und bevor man sich versieht ist schon die ganze infanterie weg ein sehr lustiger effekt in die zuschauer in wenigen sekunden beobachten können wie schnell sowas geht ja man muss vor allen dingen eben aufpassen also hier ist es ja auch glaube ich ganz gut zu erkennen dass ich die steinschleuder jetzt trotzdem in die zweite reihe mal nur gestellt habe das ist natürlich das geht dann natürlich noch mal stärker zu lasten meiner infanterie wenn es zum nahkampf gefecht oder eben zu einem feuer abtausch kommt aber der wichtige punkt ist halt einfach bei den bei den steinschleuder an so überleben sie wenigstens noch ein bisschen länger und können vielleicht ein bisschen mehr schaden anrichten dann musst du sie auch nicht erst zurückziehen wodurch die zeit verlierst ja das ist ein gefährliches manöver wo man dann aufpassen muss und hannibal hat noch eine hat so als kleines schmankerl noch berittene bogenschützen dabei also zweimal von fans zweimal sküten jetzt ist nur einmal sküten dabei oder ich habe da ein bisschen ja das geld alles aufgeteilt ja die also so zum irritieren der truppe natürlich um hier die einheiten stärker stören zu können ich muss natürlich sagen dass ich nicht selbst auf die taktik oder so gekommen bin das ich war ja ein opfer davon habe auch mehr zeit damit verbracht eine gegentaktik zu entwickeln als sie selbst überhaupt auszuprobieren ja da sieht man jetzt zum beispiel dass ich ja mit den dritten bogenschützen dich doch relativ beschäftigt halten kann also das sorgt einfach auch für eine ziemlich große unruhe in den eigenen reihen und wenn man dann halt noch mal die formation auf gibt so wie ich das jetzt seit kurzzeitig getan aber dann kann der gegner das natürlich auch schamlos ausnutzen und ihr seht also hier da gehen jetzt auch so ein paar schüsse rein die muss ich halt einfach die muss ich halt einfach fressen ja sollte aufpassen dass ich ich werde jetzt versuchen mit feuer fallen deine elefanten abzuschießen ja das haben wir schon fast gedacht ja das hat auch noch ein kleines risiko jetzt musst du zum beispiel einfach müssen die elefanten halt schon raus und das ist halt mit ja auch wieder und du musst halt dann auch noch teure kavallerie dafür beschäftigen und die dritten bogenschützen wegzuhalten eigentlich so eine so eine popel einheit die nicht wirklich teuer ist das ja genau aber dies machst du ja mehr infanterie dabei ja genau ich werde jetzt einfach mal vorrücken genau tu das gibts mir richtig aber du bist aber da schon an der flanke also diesmal kann es vielleicht besser für dich laufen da kommen jetzt schon deine elefanten dazu das freut mich natürlich nicht ganz so sehr okay diesmal könnte es doch für dich besser laufen du hast jetzt seine deine streitwagen da schon positioniert ja ich versuche es aber man sieht also auch hier der schaden den deine einheiten anrichten ist einfach ganz enorm ja ich das und jetzt kommen noch die elefanten halt mit dazu und da bröckel ist jetzt schon ziemlich bei mir ja ich habe da schon ja doch ich glaube das könnte aber diesmal das ist ja ich glaube die streitwagen kriegt hat nicht tot ja das soll ja auch so sein warum stehen meine einheiten da meine katapfrakte sind natürlich einfach vor deiner einheit stehen geblieben und haben halt nichts mehr gemacht ach gott ich hasse das wie die beste ist auf die schrotteinheiten da drüben die streitwagen sind immer noch da aber naja jetzt ist jetzt ist es rum also wer gerade wer das bei mir mal schaut ich habe da eigentlich vollkommen verkackt wenn ich das sage und ja 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 aber ich habe trotzdem gewonnen also also ich habe wirklich derbe du hast es da also schon zugelassen dass ich dir da schon in den rücken gefallen bin ich habe da schon wirklich derbe fehler gemacht also ich muss aber dazu sagen also ich habe auch fehler gemacht bei meiner kavallerie habe ich echt nicht aufgepasst also da habe ich einfach einheiten verschenkt und irgendwie haben sie aber auch nicht also wer das vorhin auch bei mir gesehen hat meine katapfrakte mit den null kills ja die sind halt vor deiner kavallerie einheit stehen geblieben und haben halt nichts gemacht also das war halt auch etwas merkwürdig obwohl da mein angriffsbefehl dabei war aber ja man sieht es also hier ganz gut eigentlich wie viele kills deine per tasten gemacht haben das ist schon eine hausnummer würde ich mal sagen 39 91 115 69 50 82 da geht auch noch einiges mehr also ja 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 immerhin mein streitwagen general der hat nur ein bisschen was dann ein bisschen was geplättet aber es ging ja dann wirklich schlag auf schlag nur dann hat es also plopp plopp gemacht und dann ist die komplette armee eigentlich man sieht auch dass meine adelsreiter eigentlich kaum was abbekommen haben obwohl ich glaube ich habe da nicht mal ansturm gehabt also ja du hast ganz gut mit denen geschweinst könnte man auch meine elefant also ich habe wirklich sehr schlecht gespielt und daran sieht man dass diese zusammenstellung einfach sehr stark ist meine elefanten habe ich da auch teilweise ein bisschen verschleudert und dass deine streitwagen durchgekommen sind das hätte zum beispiel eigentlich für dich den sieg bedeuten müssen ja ich denke aber gerade ein schluck loser kaffee ein übrigens an der stelle der auch ich jetzt für meine nerven ich würde ich jetzt hier auch nicht so als verlierer bezeichnen weil die die aufstellung ist echt schon derbe ja wir haben es ja vorhin ein paar mal getestet also es ist einfach eine sehr gute armee vom preis leistungsverhältnis her also ihr seht ja jetzt auch noch mal die aufstellung hier bei mir vielleicht mache ich da schnell auch noch mal ein screenshot von also einen adels also baktrische königliche kavalerie als general gepanzerte indische elefanten halt dabei die braucht ihr auf jeden fall um die moral vom gegner zu knacken also wenn wenn der wenn euer gegner da nicht eine ähnliche armee aufstellung auch wählt dann würde ganz große probleme haben dann zweimal diese baktrischen adelsreiter eben sehr gut wegen einem sehr sehr hohen rüstungswert das ist sehr wenig verteidigungswert auch genau und da sind sehr wenig verluste dabei und dafür ist es dann auch noch sehr billig dann diese baktrische königliche kavalerie eine einheit hellenische katafrakte ist ja nie verkehrt wenn man die dabei hat diese schwer gepanzerte kavalerie mit dem kräftigen ansturm die skytischen berittenen söldner bogenschützen eben zum stören das habt ihr auch gesehen das hat hannibal ja sehr gut gemacht das hat auch bei mir funktioniert ich bin auch so ein typ der lässt sich dann leicht mal ablenken und das hat also hier auf jeden fall auch noch einen guten ausschlag gegeben dann hinzu kommen die sechs einheiten pell tasten die eben wirklich sehr sehr effektiv sind das sind wirklich die kill maschinen die halt die infanterie weg fegen und dann natürlich die herbern piekiniere einfach nur weg zu blocken also kills macht man mit denen ja nicht also ich habe keine mit denen gemacht du auch nicht zum sterben da genau ja und dafür braucht ihr sie und mit die kills macht er halt mit den peltasten und das funktioniert sehr gut also insofern ein sehr sehenswertes match also probiert die armee doch einfach auch ansonsten mal aus wobei wahrscheinlich werden momentan viele so eine armee spielen es geht eigentlich noch also so bekannt ist sie noch nicht also wie gesagt ich habe sie jetzt auch nicht so gut gespielt wer die taktik auch meistert der wird natürlich noch erfolgreicher sein mal sehen also ich hoffe dass der abhilfe geschaffen wird mit dem neuen patch das ist zurzeit nicht so sollte ausgleichen kommen ja also hannibal ich bedanke mich noch mal ganz herzlich bei dir dass du dir noch mal die zeit genommen hast an die zuschauer gilt natürlich wie immer den kanal von hannibal barkas findet ihr in der video beschreibung und dann bedanke ich mich jetzt schon mal bei euch fürs zugucken wenn ihr anregungen habt dann schreibt sie doch bitte unter das video wenn ihr irgendwelche kombinationen von armeen sehen wollt dann schreibt sie uns einfach wir spielen auch gerne mal armeen gegeneinander oder wenn ihr so eine frage habt wie viele peltasten brauche ich um elefanten zu killen oder sowas ja also wir können dazu jeder frage ein tutorial machen und ich hannibal lass dir das letzte wort mit einem pax wubiskum valete ja ich bedanke mich natürlich auch fürs zuschauen und auch für die neuen zuschauer natürlich auch bei dir genau dafür dass du da ein bisschen aufmerksamkeit drauf richtest und ja ansonsten gilt das gleiche falls ihr fragen habt und vielleicht habt ihr auch selbst eine gegentaktik gegen diese zusammenstellung also ich habe persönlich noch keine gefunden vielleicht ist da jemand der ein bisschen schlauer ist und ja vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal aber Caro